Oh mein Gott, habt ihr gesehen wie die gestorben ist, oh mein Gott, klippt das bitte, bitte klippt das, die läuft einfach über drei Minen und stirbt. Nicht bewegen, na? Oh mein, du bist so ein. Hilfe! Ich kann nicht so viel Unruhe stiften, klärt das lieber jetzt. Da haben sie recht. Das ist der Bloodhout, Rick Sanchez. Hiermit bist du offiziell von den 90-Tray-Bloods entfernt. Ich bring den mal rein, ne? Keine Mölkchen kommen gleich. Scheiße, Mann, warte mal. Schmeiß mal später, Fuchs. Ja, ich schick den SMS. Alles gut. Ich lade dich auf den Kaffee heute Abend. Du sagst, dass du mich abstürzt. Oh, ich stürze nicht ab. Ich bin der beste Pilot. Mal schauen. Ja, auch vom Vater gelandet, ne? Na dann, Foxy. War schön, dich kennengelernt zu haben, ne? Ja. Hol dir deine Gäste mit Falksauer. Übrigens, ich bin Troy Hamidu Mahandi, ne? Hallo Troy. Ja, und ich bin Orbit, ja. Ja, dich kenn ich ja schon. Ja, wir kennen uns und schreiben uns über WhatsApp. Ciao! Guck, 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 die rennt. Seht ihr die, wo die rennt? Ja. Jetzt krieg ich draufwacht, jetzt krieg ich draufwacht. Wir haben die, wir haben die hier. Ich seh die nicht, ich seh die nicht. Hier, rechts, hier, rechts. Okay, man hat keinen Weg drauf. Man trifft nicht, man trifft nicht, man trifft nicht. Tschüss, 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 tschüss. Wir fangen die ab, wir fangen die ab, wir fangen die ab. Komm, komm, geh hier hinter das Gebäude, hinter das Gebäude hier. Komm, bitte. Komm, rechts. Komm, rechts. Komm, rechts. Die sind hier oben, die sind hier oben. Guck, wir haben keine Chance, Jungs. Sie sind hier oben, ist oben. Haltet es oben, haltet es oben jetzt. Sie haben keine Chance, Jungs. Ah, der liegt, der liegt, der liegt. Die Kada ist oben oben. Sie ist in der Sandwich, Jungs. Halt hier, mach nicht zu viel, mach nicht zu viel. Schieß bisschen, schieß bisschen. Sie sind im Sandwich, Jungs. Sie sind im Sandwich, Sie sind im Sandwich. Hinterm Gebäude bleiben. Immer hinterm Gebäude bleiben und in den piek nutzen. Hinterm Gebäude bleiben und in die piek nutzen. Hier ist ein Tank, aufpassen Jungs, hier ist ein Tank, aufpassen. Mach nix. Wir müssen jetzt los, wir haben jetzt was vor. Äh, ich wünsche euch was, ja. Jungs, begleit die mal raus, ja. Du, Fie, wegen Ding, schreib mir einfach eine nach, hast du meine Nummer? Ja, mach ich mal, Bro. Hab ich. Jo. Was ist los? Was ist los? Warte, ich klär, Alter, ich hab einfach keinen Bock auf diese Leute. Ach, du Wichser. Ich hab einfach keinen Bock, man. Die sollen einfach sich aus unserer Haut verpisten, wie jeder andere, man. Du Wichser, du. Boah, Alter, du bist so ehrenlos. Was für Dingens, Bruder, hau mal rein, Alter, dass ich mir Wünfe packt, dass man hier Freizeit vertreibt, Digga. Ich, ich denk mir so, jawohl, Action, Bruder. Uwe, Waller, das hab ich grad kaputt gemacht, ja. Ich denk mir so, ja, Action, eigentlich, Schakal, das hast du mich gefickt. Boah, er ist schon ein bisschen alt, ja, aber vielleicht nimmt jetzt ein bisschen Gras ab. Nein, weißt du, dass das Ding ist? Ich hab keinen Bock, dass jede Familie einfach aus Langeweile herkommt, Bruder. Die haben was oder die sollen sich verpissen, weißt du, was ich mein? Ich hab keinen Bock, die Wünfe packen, sein Bock zu sein. Ja, aber den haben es doch... Bruder, jeder muss sich eh... Wie wir schon sagten. Ihr wisst zu viel. Oh, mein Gott. Nein, nein, bitte hört auf, bitte. Nein, bitte hört auf, bitte. Bitte lass mich jetzt an. Sorry. Ja? Ja? Du hättest nicht so viel forschen dürfen. Hm. Scheiße, Alter. Ich hab genau nicht geschafft das noch. Mann. Ich versteh nicht, wie sich diese... Ich versteh nicht, wie sich diese... hier ich will dass die leute alle drauf halten morgen ich steck euch hier an ich nehme wir können grad nicht let's go trash talk mich leider hörst du mich eben nicht aber Valeria war eh besser dieser kleine hund ist oh mein gaaah das ist OC und wo lan der trifft nicht mal was oder hat der geschützt lan wo wächst du auf den Eli ey der hat einfach geschützt Kühlerschlauch würde ich sagen nein kein ich sehe schon komm nein 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 bitte nicht oh nein bitte nicht oh mein Gott ich bin der Beste was ist mit ablesen mit Geld ich glaube Blankholz Rimpf hä der ist vollst in mein Auto gefahren hier ist einfach alles explodiert labern ich schwöre ich weiß nicht mal wo der liegt ich hab ihn nicht mal getroffen dieser Zeit fährt mir schwer oder ich schwöre ich sitze mehr Sex geh wie Kickdown fühl fühlst du den Vibe on the road again keine anderen Augen und du kick, kick, kick fliegt weit der Motor schreit fühlt sich an so wie ein Jet drück, drück, drück das Pedal bin zurückgelenkt Blick Richtung Sonne und genieß, genieß, genieß diesen Schein schreit